Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einer authentischen Überlieferung, der Dua ist die Anbetung. Und daher sollten wir verstehen, mit der Anbetung, liebe Geschwister, vollziehen wir eine sehr geehrte Anbetung gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala. Höre, was der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, in einer authentischen Überlieferung bei al-Tilmidi sagte und Sheikh al-Albani, sallallahu alaihi wa sallam, sagte er ebenfalls in einer Überlieferung bei al-Tilmidi und Sheikh al-Albani, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, dass sie Hassan ist, derjenige, der Allah nicht bittet, so wird Allah auf ihn zornig. Subhanahu al-Malik. Was hat Allah davon, dass wir ihn bitten? Antwort, nichts. Aber wir haben etwas vom Bittgebet. Allah möchte uns geben. Von wem? Von sich aus, subhanahu wa ta'ala. Stell dir vor, ein Diener, wenn er ständig gebeten wird von anderen Leuten, ich möchte dieses und jenes, dann wird ihn dieses nach einer gewissen Zeit belasten. Bei Allah ist das unterschiedlich, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir ihn nicht bitten, dann wird er zornig. Nicht, wenn er gebeten wird, wie bei uns Menschen, dann wird er zornig, sondern wenn er nicht gebeten wird, so wird er zornig. Bedeutet mit anderen Worten im Umkehrschluss, wenn er Allah bittet, so ist Allah zufrieden mit ihm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala immer uns seine Zufriedenheit schenken und möge Allah subhanahu wa ta'ala niemals zornig auf uns sein. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala niemals zornig auf uns sein.